Zum Beispiel kann man es während des Fernsehens machen, man kann ein Buch dabei lesen, man kann Musik hören. Es ist ja völlig problemlos und einfach. Die Handhabung ist verblüffend einfach und die Wirkung erstaunlich. Wir bereiten vor, die Technologie in der Automobilindustrie anzubieten, denn da macht es Sinn. Thema Wellness im Auto ist ein Thema der Zukunft. Weiterhin macht es großen Sinn in der Flugzeugindustrie. Bei dem Fliegenden sowie bei dem Bodenpersonal das anzubieten, weil letztendlich auch die Konzentrationsfähigkeit gesteigert wird. Darauf vertrauen schon seit Jahren Berufskraftfahrer und Piloten. Ein wesentlicher Aspekt für mehr Sicherheit. Normale Autofahrer und Fluggäste folgen nun diesen Beispielen. Der Jetlag nach langen Flügen kann deutlich verringert werden, ebenso wie die Gefahr des Sekundenschlafs bei langen Autofahrten. Unternehmer wie Ansgar Klein kennen die Vorteile von Energy und stellen sie auch ihren Mitarbeitern zur Verfügung. Belastungen durch Arbeitszeiten oder Stress werden verringert, die Schlafqualität gesteigert. Der tägliche Arbeitsablauf wird durch die Anwendung weder beeinträchtigt noch unterbrochen. Rund 20 Mitarbeiter je Arbeitsschicht können durch ein einziges Gerät mit frischer Energie versorgt werden. Jedem Mitarbeiter täglich einen Apfel zu spendieren, wäre deutlich teurer. Die Kosten sind also erstaunlich gering. Der Nutzen für das Unternehmen umso größer. Als wir das eine Zeit lang benutzt haben, unsere Mitarbeiter wurden leistungsfähiger, das Wohlbefinden ist gestiegen. Der Krankenstand ist zurückgegangen und dann hat sich schnell herausgestellt, das war eine gute Investition und wird von allen Mitarbeitern im Unternehmen getragen. Wenn ich an das Wohlergehen meiner Mitarbeiter denke, dann muss ich das ja nicht immer in nackten Zahlen auch darstellen. Also ein Zugewinn an Lebensqualität, an Arbeitsfreude, Kreativität, nachts besser schlafen zu können, vielleicht auch mal Probleme ganz anders anzugehen, das ist mir die Sache schon alleine wert. Ein Weg von der Reparaturmedizin, die nur einen Brand zu löschen imstande ist, aber nicht an die Ursachen rangeht. Weg zur Prävention, zur, wenn Sie so wollen, auch Primärprävention im Sinne einer Krankheit erst gar nicht entstehen zu lassen. Und da ist Eigenverantwortung gefragt. Und deswegen würde ich ein solches Konzept, was mit einer Verbesserung des Sauerstoffpartialdrucks einhergeht, bessere Bioverfügbarkeit des Sauerstoffes und dazu vernünftige Bewegung, vernünftige Ernährung, Lebensführung, dann ist das das Beste, was unserem Gesundheitssystem passieren kann. In Eigenverantwortung eines mündigen Bürgers. Wir haben ja hier Patienten, die kommen immer wieder und verlangen praktisch auch diese Sauerstoffbehandlung erneut. Also am Anfang haben alle gedacht, wir spinnen, wir würden heiße Luft hier anbieten, aber heute weiß man, dass wir gesunde und energiereiche Luft anbieten, denn mittlerweile haben wir viele, viele tausend Anwender und ich kann behaupten, dass wir hier das Feedback bekommen, mehr als 90 Prozent Kundenzufriedenheit zu haben. So werden mit nichts anderem als Atemluft und Wasser Prävention, Leistungssteigerung und Regeneration erzeugt und sozusagen weltweit exportiert. Energy, das Original, eine revolutionäre Energiequelle für jeden und ein Meilenstein in der Geschichte der Komplementärmedizin. Vor allem aber ein großer Sprung für zahlreiche leidende Menschen, die bereits die letzte Hoffnung aufgegeben hatten und denen Energy das Wertvollste wieder zurückgeben konnte, ihre Gesundheit und mehr Wohlbefinden. Take a breath of life, come and feel the air, take a chance for you, for a better life. Take a breath of life, come and feel the air, take a chance for you, for a better life.